Gibt es Krieg auf der Welt? Menschen werden erschossen und dafür gibt es noch Geld. Seht ihr die Angst in den Augen, kurz bevor sie dann sterben? Keiner hat es für den Dorf der Welt ermordet zu werden. Ich frag mich, warum gibt es nicht so viel Geld? Dass keiner hungern müsste, sie werden nicht gefickt und entstellt. Warum gibt es diesen Hass? Mann, ich kann ihn doch spüren. Warum fühlt man sich tagelang verbannt und so kür? Und warum gibt es diesen Streit unter Menschen? Warum wissen sie nicht, was wir eigentlich wert sind? Warum sehen sie nur das Schlechte, nicht das Gute in dir? Und sie verschließen sich, dass sie ihre Mut jetzt verlieren. Sag mir bitte, warum hängen diese Kids auf der Straße? Pumpen sich die Drogen rein, das ist kein Witz, das ist Wahnsinn. Alles, was am Ende bleibt, sind unendlich viel Narben. Deshalb such ich die Antwort, stell mir ständig die Fragen. Denn ich sitze hier und frag mich, warum gibt es so viel? Wonach ich fragen muss, die Antwort sagt mir, gibt es sie hier? Verdammt, ich bin es rein, ich leg die Hand vors Gesicht. Und ich stell mir die Fragen, wer hat die Antwort für mich? Denn ich sitze hier und frag mich, warum gibt es so viel? Wonach ich fragen muss, die Antwort sagt mir, gibt es sie hier? Verdammt, ich bin es rein, ich... Am Ende war mit dir. Am Ende war Kontrollen